Man ist natürlich leer. Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, kriegen dann ein billiges Gegentor, kommen eigentlich wieder ordentlich aus der Kabine raus, müssen eigentlich sogar nochmal nachlegen und dann kriegen wir wieder einen Sonntagsschuss, einen Knick rein. Das macht dann schon was mit einem. Man hat gemerkt, wir wollten unbedingt, haben alles reingeworfen, haben wieder die Möglichkeit in Führung zu gehen, machen dann nicht das Tor und dann kriegen wir kurz vor Ende wieder einen Schuss aus 25 Metern. Es ist einfach momentan der Wurm drin. Wir geben nicht auf, wir machen weiter. Aber es nagt natürlich schon an einem. Es wird nicht einfacher. Trotzdem sollten wir schnellstmöglich den Fokus aufs Wochenende legen in Dortmund. Die Spiele in der Champions League sind zwar wunderschön, tun aber auch brutal weh. Allerdings zählt die harte Arbeit samstags in der Bundesliga. Da lief es die letzte Zeit auch nicht sehr gut und da sollten wir als schnellstmöglich wieder punkten. Ja, Gänsehaut, was die Fans wieder abgerissen haben hier in dem Stadion, das ist einmalig, das erlebt man nicht so oft. Auch nach dem Spiel, wo man gesehen hat, wir waren sehr geknickt, die komplette Mannschaft. Wenn man dann so in die Augen von den Fans schaut, die dann trotzdem anstrahlen, es gibt einem Kraft und wir werden weitermachen. Das ist der Grund.